Musik Ich bin ohne Erwartungen gekommen und habe einfach gewartet, was auf mir zukommt. Ich fand es sehr spannend. Man kann den Alltag ausbrechen und es hat mich sehr gefreut, dass die Leute alle zufrieden waren und jetzt eine neue Karriere starten können. Musik 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 Ich fand es eine tolle Erfahrung. Ich habe noch nie so etwas gemacht. Im Styling hat sie einen super Apern geleistet und es hat wirklich richtig Spass gemacht. Musik 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 Ja, also es hat ganz viel Spass gemacht. Auch diese Verwandlung in die 80er Jahre, das ist unglaublich. Ja, es hat Spass gemacht. Auf jeden Fall eine neue Erfahrung. Ja. Musik 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 Musik